Jahrelang hast du gearbeitet und hast dich vielleicht jetzt über deine Rente gefreut oder vielleicht auch deine Eltern oder bei dir vielleicht auch Oma und Opa, je nachdem wie alt und jung du bist. Doch jetzt kann es plötzlich passieren, dass Oma, Opa, Mama, Papa plötzlich nochmal Steuern zahlen müssen. Ja, und das betrifft knapp 110.000 Rentner in der Bundesrepublik Deutschland. Warum das so ist und vor allem welche Auswirkungen das hat und vor allem auch welche strafrechtlichen Themen da auf euch zukommen können, das erfahrt ihr in diesem kurzen Video. Der 1. Juli für viele Rentner oftmals schon ein sehr schönes Geschenk. Auch meine Mutter, die hier Rentnerin ist, hat sich da wieder darüber gefreut, dass es hier eine kleine Erhöhung gibt bzw. morgen wird diese dann überwiesen. Bedeutet mehr Rente ab morgen, wenn es am Konto gut geschrieben wird. Und das hat aber natürlich einen Nachteil, denn diese Rentenerhöhungen führen theoretisch auch dazu, dass man ja mehr Einnahmen hat, natürlich abzüglich Werbungskosten. Und viele, die bisher jahrelang vielleicht nie eine Steuererklärung abgeben mussten, weil sie Arbeitnehmer sind und dann, sage ich mal, unterhalb des Grundfreibetrags waren mit dem sogenannten Ertragsanteil bzw. Besteuerungsanteils, kann jetzt dazu führen, dass diese Personen plötzlich Steuern zahlen müssen. Dann bei ein paar Fakten im Hintergrund, fand ich auch recht interessant. Die Rentenleistung im Jahr 2022 betrug ungefähr 363,1 Milliarden Euro und die Summe der Rentner, also im Grunde der Personen, die die Rentenleistung beziehen, sind 22 Millionen Personen. Das heißt eine Durchschnittsrentenleistung von 16.487 Euro. Und jetzt kommen wir heute mal wieder zu dem Thema und zwar unterschiedlich zwischen Brutto und Netto und natürlich am Ende auch Realrenten. Denn vor allem natürlich Rentner waren in den letzten Wochen, Monaten bzw. zwölf Monaten eigentlich durch die Inflation sehr stark betroffen. Da ja an der Stelle zum Beispiel die, ja, sage ich mal, Verbrauchsgüter wie Lebensmittel und ähnliches massiv an Preis gewonnen haben, also im Grunde hier die Inflation dazu geführt, dass die Preise steigen, gleichzeitig aber die Renten nicht gestiegen sind. So ist es zum Beispiel so, dass zwischen 2020 und 2022 stieg der Verbraucherpreisindex von 10,2%, um 10,2%, die Rentenleistungen lediglich um 5,3%. Das heißt, die tatsächliche Kaufkraft ging zum einen schon mal zurück, plus zusätzlich, klar, wurde an der Stelle durch die Anhebungen des Grundfreibetrags hier natürlich, ja, die Steuerbelastung nochmal ein bisschen minimiert, aber gleichzeitig trifft es natürlich die Personen, bei denen jetzt plötzlich hier die Besteuerungsanteile oder Ertragsanteile über den Grundfreibetrag kommen. Denn Rentner müssen grundsätzlich ja erst dann Steuern zahlen, wenn der Ertragsanteil oder der Besteuerungsanteil, also sprich der Anteil der Rente, der besteuert wird, über den Grundfreibetrag im Jahr 2023 10.908 Euro kommt. Und von daher ist es so, dass das natürlich jetzt einige Rentner betrifft. Wie gesagt, ich habe es im Intro schon gesagt, 109.000 Rentner sind aktuell davon schätzungsweise betroffen. Das heißt, die müssen auch jetzt eine Steuererklärung abgeben. Und ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich hierbei auch um eine Steuererklärungspflicht. Pflicht. Denn es sind hier Einkünfte vorhanden, die bisher nicht der Besteuerung unterlegen haben. Bedeutet, auf individueller Ebene wird jetzt festgestellt, und zwar auf der privaten Steuererklärung, ob die Person Renten zahlen muss oder wie viel, weil es gibt ja noch irgendwelche Zusatzleistungen, was weiß ich, außergewöhnliche Belastungen und sonstiges. Das heißt, am Ende bedeutet es nicht, dass diese Steuern zahlen müssen, aber Steuern zahlen könnten, zumindest rechnerisch, aufgrund dessen, was sie verdienen. Bedeutet also, wenn du jetzt Oma, Opa hast oder Mama, Papa, die jetzt, sage ich mal, vielleicht schon etwas älter sind und ihre Steuererklärung bisher noch nie gemacht habt, dann schaut doch mal unten in die Infobox. Da findet ihr wichtige Informationen, wie ihr zum Beispiel auch eine Steuererklärung abgebt, auch eine Softwareempfehlung von uns. Damit könnt ihr auch Steuern mit Kopf unterstützen, wenn ihr es über diesen Link durchführt. Und von daher natürlich auch ganz wichtig, wenn ihr eine solche Steuererklärung als Rentner nicht abgebt, dann ist das auch so, dann liegt hier eine Steuerhinterziehung vor. Dann ist zumindest hier ein Steuerstrafverfahren, kann hier eingeleitet werden. Fakt ist aber, wegen diesen geringen Summen wird normalerweise kein Verfahren weiter eingeleitet, aber es liegt grundsätzlich erstmal schon mal rechtlich gesehen, formal rechtlich gesehen, eine Steuerhinterziehung vor. Von daher auch an der Stelle wichtig, liebe, sage ich mal, Kinder oder Enkel, wenn ihr Oma, Opa habt, die jetzt auch nicht steuerlich vertreten sind, Steuerberater oder, sage ich mal, das Selbstmachen, dann schaut euch mal unten die Steuersoftware an. Da könnt ihr eure, sage ich mal, Großeltern oder eure Eltern gut unterstützen. Und ich sage mal so, die Rentnersteuererklärung ist relativ leicht. Findet ihr auch auf diesem YouTube-Channel einige Videos zum Ausfüllen, zum Beispiel der Anlage R, auch mit einer in dem Zusammenhang Rentnersteuererklärung. Von daher natürlich ganz wichtig, macht die Steuererklärung, denn sonst könnte es Ärger geben, theoretisch zumindest. Ich wünsche euch ansonsten einen schönen Sonntag, bleibt gesund und wir hören und sehen uns. Und denkt dran, liken, teilen und weitersagen.